Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte etwas ankündigen. Und zwar öffne ich im Januar nochmal drei Coaching Slots. Ich habe da nochmal drei Plätze frei für neue Mamas, die gern mit mir arbeiten möchten. Und der Ablauf wird dann einfach so sein. Ihr findet unten in der Infobox einen Link. Dort bekommt ihr dann eine Art Bewerbungsformular, was ihr ausfüllt. Und sowas wie Alter natürlich. Dann die Themen, über die ihr mit mir im Coaching sprechen möchtet. Und anhand dieser Bewerbungsformulare schaue ich dann, okay, welche Themen interessieren mich? In welchen Themen arbeite ich besonders gerne? Mit wem von euch möchte ich zusammenarbeiten? In der zweiten Phase würde ich dann mit einigen von euch ein erstes kostenloses Kennenlerngespräch machen, dass wir einfach schauen, passt es zwischen uns? Wollt ihr mit mir arbeiten, möchte ich mit euch arbeiten? Und dann wähle ich final die drei Mamas aus, die nochmal einen Platz in meinem Coaching-Programm bekommen, die ab Januar von mir gecoacht werden können. Wenn ihr also Interesse habt, wenn ihr euch selbst was Gutes tun wollt, euch selbst und eurer Familie, ihr wisst, ich sage es super oft, wenn es euch gut geht, dann geht es euch auch eurer kompletten Familie gut. Wir können über alles sprechen, jedes noch so große, noch so kleine Problem ist etwas, was wir gemeinsam in unserer Arbeit lösen können, in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Wir schaffen das zusammen, du wirst das schaffen. Und ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, bewerb dich gerne, wenn du Lust hast und wir sehen uns dann. Tschüss!